Ganz wichtig, diese Schauspielschule, Musicalschule, hat mir in meinem Leben nicht nur sehr weitergeholfen, sondern es waren auch so fast die schönsten Jahre meines Lebens. Man muss bedenken, in einer Musicalschule sind hauptsächlich Frauen zu finden oder Mädels zu finden. Gut aussehende Mädels. Ja, das sind dann so 70% Mädels. Von den 30% Jungs, die da sind, sind mindestens 80% schwul. Das heißt, als junger Hetero hast du einfach eine geile Zeit. Und die hatte ich auch. Es war wundervoll. Und ich habe tatsächlich auch sehr viel, also gerade für die Stimme, sehr viel Technik gelernt. Und auch, es musste jeder, auch wenn er Schauspieler war, tanzen und Ballett machen und sowas, tatsächlich ganz viel über Körperbeherrschung gelernt. Also diese Musicalschule hat mir sehr, nicht nur privat, auch beruflich sehr viel gebracht.